Mzwadi Das Restaurantmuseum Cisquilli stellt eine der bekanntesten Spezialitäten der georgischen Küche vor, Mzwadi. Das Rezept präsentiert der Chefkoch des Restaurants Aftandil Ali Khanashvili. Für die Zubereitung benötigt man folgende Zutaten. Schweinefleisch 1 kg Zwiebeln 200 g Salz Was man außerdem benötigt Ein Holzbrett Ein Messer Drei Spieße Einen Grill Holz Am besten trockenes Weinholz, Salami oder Holzkohle. Das Fleisch in 60 g große Stücke schneiden. Salzen und gut durchmischen. Die Fleischstücke der Länge nach aufspießen. Zwiebeln in Ringe schneiden. Spieße auf den Grill legen und von allen Seiten gut grillen. 20 bis 25 Minuten. Spieße oft drehen, damit der Saft wieder zurück ins Fleisch fließt und das Mzwadi nicht austrocknet. Mzwadi kann auf zweierlei Weise serviert werden. Die Fleischstücke auf den Teller geben und mit Zwiebeln und Granatapfelkernen bestreuen. Oder die Spieße mit Fleisch und Zwiebeln servieren. Mzwadi wird heiß serviert. Mzwadi wird heiß serviert. Mzwadi wird heiß serviert. Mzwadi wird heiß serviert. Mzwadi wird heiß serviert.